Hallo und herzlich willkommen zurück bei This War of Mine. Am letzten Tag, oder das letzte Mal, ist jemand verstorben. Den wir sehr dringend gebraucht haben, nämlich Sveta. Wobei man sagen muss, sie war halt die letzten Tage sehr kränkelnd, aber wir haben versucht sie durchzubringen. Und, ähm, das hat leider alles nicht gereicht. Oh, und, hä? Achso, wir haben, wir haben keinen Alkohol. Wir brauchen einen reinen Alkohol. Okay, gut, das hätte eh nicht gereicht, aber wir hätten zumindest eine Bandage für sie gehabt. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Man kann Kinder nicht einfach drin einsperren, ohne dass es etwas zu tun gibt. Also hat mein Junge eine Fußballmannschaft gegründet. Es war herzzerreißend, ihnen beim Trainieren ihren dunklen Kellergeschuss zuzusehen. Sie kamen auf die Idee, ein Pogoren-Turnier zu organisieren. Obwohl ich große Angst hatte, haben wir drei andere Mannschaften eingeladen. Doch wir mussten ein ernsthaftes Problem lösen. Wir müssen verhindern, dass mehr von unseren Freunden sterben, selbst wenn es darauf hinausläuft, dass wir die Vorräte von jemandem plündern müssen. Das haben wir. Und das hat nicht gereicht. Kann das Dosenfutter nehmen. Wir machen heute Dosenfutter-Tag. Komm. Bringt doch nichts. Er kann hier pennen. Seine Scheiße. Das Vierte ist gestorben. Ich muss sicher gehen, dass wir genug Nahrung, Bandagen und Medikamente haben für alle Fälle. Glaubt mir. Wenn das so einfach wäre. Ja, warum muss er sich sterben, genau. Hauptsache wir sind ein bisschen satt. Was machen wir nur jetzt? Das ist halt wieder übel. Jetzt sind wir halt nur noch wieder zu zwei Zwitter. Hat sich bemüht am Anfang. Sie hat uns geholfen. Sie hat zum Beispiel alles hier verriegelt. Das war sehr, sehr wichtig. Die beiden Sachen hat sie verriegelt. Sie hat ein, zwei Sachen gebaut. Ich glaube, das Bett hat sie sogar. Ne. Ich weiß nicht mehr, was sie gebaut hat. Ah, sie hat hier alles abgeholzt auch. Der Händler kommt. Wir gehen mal zu ihm und reden mal mit ihm. Vielleicht können wir irgendwas aushandeln. Ähm. Wir kriegen das schon. Elektrizitätsdinge oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Ähm. Also, Schnaps halt, ne. Schnaps kann ich mit ihm weghandeln. Also ein paar Sachen. Ich tue es mal in den Einkaufskorb. Vielleicht so ein bisschen. Ähm. Wir könnten eine Bandage vertragen. Elektrizität. Oder nicht mal Wasser könnten wir vertragen. Ein Gommose. Jetzt können wir mal gucken, was wir dem anbieten haben. Können wir eine Zigarette anbieten. Ein Kaffee. Ach Gott. Was ist das? Ein Scherz, Alter. Wird mal ein Zeug los. Ähm. Oh, krass. Was nimmt er an? Wir hätten hier noch mehr. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne. Der würde sechs Wasser bekommen. Das würde er bekommen. Hm. Also, wir würden sechs Wasser, ein Gemüse, eine Bandage bekommen. Die Bandage ist wichtig wegen Bruno. Das Zeug benutzen wir so nicht. Ich bin sonst wunschlos glücklich. Ich glaube, wir haben jetzt einen Filter gekauft. Ja, wir haben einen Filter gekauft. Ich bin ein bisschen vergesslich gerade. Ich bin schon ein bisschen müde. Und ich bin irgendwie ein bisschen erschöpft. Ich weiß auch nicht. Ne, wir haben keinen Filter. Ah, nee, wir haben Wasser gekauft. Ich dumm botz. Manchmal echt so. So, wir ballern das gerade mal rein. Ähm. Ich würde mir gerne nochmal Radio anhören. Und dann könnten wir tatsächlich sogar hier runter rennen. Und danach... Was könnten wir danach für einen Ort machen? Es gibt bestimmt so viele Orte. Truppen der Rebellen und der Regierung liefern sich brutale Gefechte in der gesamten Stadt. Einige Gebiete sind komplett abgeschnitten, während andere Schauplatzgefechte von Gefechten sind. Alter, Militärzivilisten. Und Schnaufel. Okay. Okay. Ähm. Maria. Dings da könnten wir hingehen. Könnten die Axt mitnehmen. Um Leute auf den Kopf zu haben. Ja, mehr können wir halt jetzt nicht machen, ne? Wache stehen. Ähm. Ah, können wir gar nicht hingehen. Könnten auf die Baustelle. Flughafen. Baustelle. Oder Rebellen finden. Ich gehe das Risiko ein, weil wir dort waren wir halt noch nicht. Könnte halt voll in die Hose gehen, weil der Rest ist halt zu bis auf den Flughafen. Der Flughafen ist jetzt auch nicht gerade spannend. Ähm. Ich nehme eine Axt mit, für die Sicherheit. Und wenn es sein muss, renne ich sofort los. Wollte ich hier eine Wohnung kaufen. Also jetzt sehe ich gerade keinen Gegner. Ich muss mal kurz raus. Schüsse. Ja, ist nicht so geil. Schüsse sind niemals gut. Wir müssen halt super vorsichtig sein. Ich glaube, der Scharfschütze ist ganz oben. Und schießt auf die Leute. Oh, da unten kommen wir noch nicht rein. Was lustig ist, wir könnten halt den Scharfschützen aufschalten, ne? Wie wird das hier? Ich muss halt nach links und rechts gucken. Dass wir keinem Rebellen begegnen. Jo, ihr hört's. Der steht da oben und schießt auf Leute. Der Scharfschütze. Wenn wir das schaffen würden. Der steht hier oben. Meinst du, wir schaffen das? Man, er ist ja noch immer ein Scharfschütze, ne? Okay, stimmt. Das sind zwei sogar. Das sind zwei. Das macht's noch schwieriger. Uff, ey. Und ich meine, gegen den Scharfschützen stellt man sich jetzt hier nicht an. Okay, also... Was? Kind, das sich aus dem Fenster lehnt. Und er schießt. Er schießt. Er schießt. Wow, Volltreffer, sagt er. Ernsthaft? Ich muss die beseitigen irgendwie. Ich hätte... Ich brauch hier echt mal eine Schrotflinte. Wenn ich hier oben bin, ich ratz die so weg. Alter, auf Kinder schießen. Und da schießt er auch wieder auf den... Auf den Mann. Alter. Das Ziel ist noch am Leben. Alter, ich würde ihm am liebsten die... Axt ins Gesicht hauen. Können... Können... Also, wenn wir Glück haben... Können wir die doch ablenken. Ich würde sie gerne hier runter locken, wenn ich ehrlich bin. Sie dürfen mich nur nicht sehen. Nein, tun sie nicht. Jemand hat gerade geschossen. Ich hoffe. Nimm das Beile in die Hand und versteck dich. Wenn einer hier runterkommt. Ich töte den ersten. Ich hoffe, ich finde den zweiten. Mhm. Er kommt runter. So. Ich locke ihn an und hau den um. Fuck, die kommen immer zu zweit, oder? Der eine hat ein Messer. Er kommt alleine. Der eine ist tot. Schusswaffe. Alles klar. Glock mal, was du denkst. Ich hoffe, ich kriege den. Nein. Safer. Safer. Safer, 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 safer. Safer, 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 safer. Die sind beide Scharfschützen. Beide tot. Wow. Beide Scharfschützen sind tot. Mir ist es egal, wie viele Munition die haben. Ich habe beide getötet. Jetzt atme ich echt durch. Und der Typ war ein Scharfschützer. Jagdgewehr und Sturmgewehr. Unfassbar. Und jetzt kommt noch ein zweiter. Pass auf, wie sagst du? Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal noch umgucken. Nicht, dass hier noch Leute sind. Aber ich muss auch natürlich auch nach Ressourcen suchen. Das ist so der zweite große Teil. Den wir nochmal müssen. Aber Hauptsache, die Scharfschützen sind tot. Das war mir so unglaublich wichtig. Ihr glaubt es ja gar nicht. Kann man hier rüber? Ah, ich komme da runter. Perfekt. Was finde ich hier? Oh, oh, ich muss los. Bruder Moos, los. Ich lasse den Teddy hier. Und nehme einmal Medikamente mit. Bruder Moos, los. Ähm. Okay. Renne zum Ausgang. Okay. Oh Gott. Ich schaff das nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn man es nicht schafft? Das habe ich nie probiert. Er ist ein schneller Renner. Hat Pavlo überrascht? Die Rückkehr wird schwieriger werden. Ah, shit. Wir haben zwei Waffen. Drei Waffen. Tag 23. Oh, ich habe zu lange gebraucht. Ernsthaft. Es hat ein Problem mit. Wir hoffen, dass Pavlo bald zurücksehen wird. Okay. Ja gut, da können wir echt nicht viel machen. Wir müssen einfach nur hoffen, dass Pavlo wieder zurückkommt. Okay, gut. Es kann sein, dass es halt quasi so die Strafe ist, dass wir ein Timeout machen müssen. Das kann gut sein. Ich höre nochmal kurz ins Reiberein. Es wird kälter, wissen wir ja. Nee, brüste sich über Funk damit, dass sie eine Bande vernichtet haben, die Menschen mit Booten aus der Stadt geschmuggelt haben. Nur so konnten Menschen evakuiert werden, die dringend ärztliche Hilfe brauchen. Möglich ist es nur leeres Getöse wie üblich. Also, schritte. Wisst ihr, was sein kann? Dass der Typ am Hafen tot ist. Das könnte echt sein. Und das wäre sehr, sehr schwierig. Okay, wir haben noch genügend Holz drin. Wir haben irgendwie so ein bisschen locker. Ich stimme mich mal gerade mit ihm da hin. Im Moment kommt ja noch keine, wenn Pavlo zurück ist. Wir haben zwei Gewehre. Eine Schrotflinte. Das ist schon heavy. Und also halt ein Scharfschutzengewehr noch halt dazu. Das ist halt so. Und ich warte noch ein bisschen ab kurz. Vielleicht kommt ja jemand nochmal vorbei. Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre jetzt? Bruno muss halt schlafen. Pavlo wird sehr müde sein und sehr hungrig. Bruno könnte in dem Fall kochen. Da kommt jemand. Habe ich doch gesagt. Ich hoffe, ein neuer Bewohner. Das wäre ja noch besser. Ich habe keine bösen Absichten. Er ist wieder da. Er hat nur die Axt verloren. Und ein, zwei Sachen noch, aber Er ist wieder da. Ist okay, wenn er die Gewehre hat, ist es egal. Ist mir alles egal. Ich brauche den zu... Oh. Wer ist das denn? Kann ich bleiben? Marin. Hallo, ich heiße Marin. Mein Zuhause und meine Werkstatt wurden durch einen Grasny-Angriff gezischt. Ich weiß nicht, wo ich unterkommen soll. Kann ich mich zu euch gesehen? Ich bin gut darin, Sachen zu reparieren. Mit ein paar Werkzeugen und Materialien könnte ich diesen Ort bewohnbarer machen. Ja, klar. Komm rein, Marin. Pavle ist gerade zurück. Was hat er denn zu sagen? Die Schauschen sind eine Gefahr für die Stadt. Die zwei... Los zu werden war nicht leicht, doch es macht die Straßen sicherer. Das hoffe ich. Marin ist krank. Handwerker ist aber krank. Er bekommt direkt Medikamente. Äh, Medikamente. Das ist schon mal gut. Und kann auch direkt danach schlafen gehen. Er ist dann zuständig für die Arbeiten hier im Haus. Das heißt, Pavle geht raus und sucht und tötet vielleicht auch Leute, wie wir das ja eben hatten. Und ja, Marin guckt, dass er hier dann halt Sachen repariert. Zum Beispiel hier, wie viel braucht er denn jetzt zum Beispiel für so Sachen? Ja, guck mal, der braucht halt etwas weniger. Also was er jetzt nur noch braucht, sind die vier Metalle. Äh, die vier Elektrizitätskabelchen da. Was ist das auch was? Ansonsten, glaube ich, sind es fünf. Also... Wie sieht es mit Waffen aus? Das würde mich auch interessieren. Nehmen wir mal die Axt. Ja, jetzt braucht er nur noch vier. Also das Beil ist jetzt halt weg, aber sei es drum. Wir haben jetzt... Ne, das Beil ist sogar da. Hä? Okay, gut. Wir haben halt hier die beiden Sachen. Die dort Sachen. Sturmgewehr. Zielfernrohr. Feuergeschwindigkeit. Wir haben genug Munition. Das heißt, wir könnten sogar eigentlich bewaffnet rausgehen. Das ist aber gut. Okay. Ich habe mir gewünscht, dass wir so jemanden bekommen. Marin bleibt aber wirklich hier. Pavle ist derjenige, der schnell rennen kann. Und, 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 und. Ich würde so dementsprechend auch... Ähm... Vielleicht sogar jetzt schon die Folge beenden. Also in dem Fall würden wir Tag beenden klicken. Wir brauchen ja sonst nichts mehr gerade. Ähm... Wir müssten Elektrizität finden. Also Elektrizitätsdinger da. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Baustelle, glaube ich, ne? Ich glaube, das hat am meisten Sinn gemacht. Gut. Da würde ich sagen, ähm... Genau. Er kann erstmal schlafen. Er kann Wache stehen. Er geht blind. Baustelle. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Und auf dann. Und was auch immer. Ciao, ciao. Und was ist ihm etwas, was zu werden. Ja. Du bist ja. Und was auch immer. Und was ist ihm einfach sehr, Ja. Und was sind nicht so sehr, wie sie mit mir sind. Und was sind auch schon immer. Untertitelung des ZDF, 2020